Beinstehung die du lange nicht gesehen hast. Man erkennt sich und fragt sich auf das Wiedersehen. Die Jahre, die uns lang begangen, Bilder, Erinnerungen sind in deinem Kopf gefangen. Die Fragen der Freundin sind immer gleich. Weißt du noch, was war so schön die Vergangenheit? Weißt du noch, hieß früher, warum jeden für den anderen Tag die Abende, den Tag zum Fahrt, wir konnten in unseren Träumen schauen. Sie ist es immer, wenn man sieht, nach einer Zeit mal wieder sieht, es wieder zieht und mit den Gedanken man in die Vergangenheit fliegt. Dann ist die Frage, und das ist klar, weißt du noch, wie es früher war? Die Tage mit den alten Freunden sind nicht mehr so, wie es war. Der eine oder andere ist schützschuhen und leider nicht mehr da. Sieht man die alten Freunde, die noch da sind, kommt von da auf, wie war. An den Kindern die Frage der Freunde sind nicht mehr so, wie es früher war. Weißt du noch, war so schön die Vergangenheit? Weißt du noch, wie es früher war? Jeden für den anderen Tag, die Abende, den Tag zum Fahrt, wir konnten in unseren Träumen schauen. So ist es immer, wenn man sieht, nach einer Zeit mal wieder sieht, es wird ein Sinn und mit den Gedanken mann. in die Vergangenheit fliegt, dann ist die Frage, oh, das ist klar, weißt du noch, wie es früher war? Einer fragt mich, wie es früher war. Die letzte Tage wird nicht mehr gestillt, denn der letzte Vorhang fällt. Weißt du noch, wie es früher war? Jeder fühlt den anderen Tag, die Abende, den Tag zum Fahrt, wir konnten in unseren Träumen schauen. So ist es immer, wenn man sieht, nach einer Zeit mal wieder sieht, es wird erzählt und mit den Gedanken mann. In die Vergangenheit fliegt, dann ist die Frage, oh, das ist klar, weißt du noch, wie es früher war? Was du noch, wie es früher war?